Spine Chin Tuck with a lift. Der Atlet liegt in Rückenlage auf dem Boden. Wir wollen auch hier eine neutrale Wirbelsäule reichen, das heißt, wir bringen den Brustkorb nach unten. Genau, also gerade. Und was er macht, ist, er macht einfach ein Doppelkinn. Zieht das Kinn zu sich. Und dann, sobald er das gemacht hat, gibt er den Kopf ein bisschen an. Ja, reicht. Also achtet darauf, dass eine Zwang nach oben geht, nur ein Stück. Kurz eine Sekunde halten, wieder runter und die nächste Wiederholung.